Hallo ihr Lieben! Dieses Jahr gibt es einige Jubiläe zu feiern. Und zwar Charles Toulomire, französischer Organist und Komponist. Louis Vierne, auch Franzose. Und, wer noch? Ah ja, Louis van Beethoven, genau. Ja, der ist dieses Jahr ein bisschen zu kurz gekommen durch die ganze Pandemie. Aber naja, er hat auch gar keine Orgelmusik komponiert. Aber da lasse ich mir noch mal was einfallen. Charles Toulomire ist sehr schwierig zu spielen, muss ich noch ein bisschen üben. Aber für heute habe ich was rausgesucht von Louis Vierne. Der ist geboren am 8. Oktober 1870 im Poitiers in Frankreich und feiert also dieses Jahr seinen 150. Geburtstag. Warum sitze ich überhaupt am Klavier? Ja, der hat nämlich eine Sammlung geschrieben. Und zwar hier. 24 Stücke im freien Stil für Orgel oder Harmonium. Ich habe mir gedacht, zu seinen Ehren veranstalte ich einen musikalischen Dreikampf. Ich spiele einfach dieses Stückchen, das Prälude Nummer 5 aus dieser Sammlung. Einmal auf Klavier, einmal auf Harmonium natürlich und dann einmal auf der Orgel. Viel Spaß dabei. Euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Musik 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 Amen. 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 Amen.